Hallo, liebe Träger von AE-Fans, hier ist euer Träger von AE-Fans. Heute kann ich mal ein kurzer Tempo, was im Turnier locker gewonnen hat, gegen meistens gegen Evil We Fall, er hat ungeändert, und zeigt mir den unteren Teil von Mein Bay, und damit geht Es geht los und in dieser Arena, also das ist eigentlich so zum Stuhl abgerissen, lieb mir sogar. Es ist abgerissen. Dann solltet ihr das nicht machen. Das solltet ihr wirklich nicht machen, nur, wenn eure Eltern einen Stuhl haben und euch das erlauben. Und der Hauptsündiger Bayblade Kreise, Kampfer, Dings, Bums ist und die Welt nicht quästen, sind aber im Rückstoß. Und der, der als Erster rauskriegt, er hat gewonnen, also er hat rauskriegt, er hat verloren, und er hat aufhört zu drehen. Er hat gesagt, aufschluss. Der 1 L Auf jeden Fall uhr und die BC weiter weiter unten wieder ab aber nicht auch mit dem Video ein Daumen hoch und er kommt